Wurdest du schon einmal sexuell belästigt, gerade im Internet? Tatsächlich ist es so... Jo Leute, was geht? Und willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Question and Answer-Video, denn ihr habt ein paar Fragen auf Instagram gestellt und auf die möchte ich auch jetzt ein bisschen eingehen. Vorweg jetzt schon mal, falls ihr die neuesten Informationen rund um meinen Kanal oder was auch immer immer als Erste sehen wollt, dann folgt mir erstmal an der Stelle auf Instagram. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung und natürlich auf Twitch könnt ihr auch gerne mal ein Follower reinhauen, denn da gibt es auch immer dreimal die Woche Streams, das würde mich auch unnormal supporten. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt mit der ersten Frage von bin13. Suche Freundin, ein bisschen passend zu seinem Namen, ob ich zurzeit eine Freundin suche. Und na klar, es ist natürlich so, dass ich irgendwie auch Lust auf eine Beziehung habe. Wow. Wer hätte es gedacht? Ich meine, welcher Junge hat keine Lust auf eine Beziehung? Keine Ahnung. Ja, und natürlich ist es nicht so, dass ich auf Krampf irgendeine Beziehung will, irgendwie da in irgendwelche, was weiß ich, zu gehen und dazu fragen, hier, willst du Beziehung mit mir? Eine Beziehung wäre natürlich geil, also sage ich euch ganz ehrlich und ja, es wäre eigentlich ganz nice, aber zurzeit ist es halt nur ein bisschen schwer, weil ich keinen habe, auf den ich überhaupt einen Crush ansatzweise habe. Und da, es muss sich ein bisschen erstmal entwickeln und bevor man überhaupt eine Beziehung eingehen kann, muss man erstmal jemanden finden, der mit dir überhaupt eine Beziehung eingehen will. Und das ist eben immer das Schwere an der ganzen Sache. Es sollen immer beide Seiten wollen und ja, ich möchte schon eine Beziehung irgendwie, das sage ich euch ganz ehrlich. Die nächste Frage ist von C, Bindestrich oder Unterstrich, je nachdem. Bede Stunde ist doch nur Unterstrich, oder? Äh, egal, also die nächste Frage ist von C, Unterstrich, Papel, Unterstrich. Meinung zu Animes, wenn du falsch oder gar nicht antwortest, klau ich deine Nase. Nicht mein kleines Näschen. Klau alles, aber nicht meine schöne Nase. Die ist, die ist eigentlich eine Kartoffel, Alter. Also, Antwort zu deiner Frage. Animes allgemein bin ich nicht so der Fan von. Also, aber bitte klau mir meine Nase nicht. Ich, 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 ich brauche die doch zum Schnüffeln. Nicht dafür, Leute. Nicht, nein, nein, nein. Also, bleib mal mal sachlich. Also, an sich, Animes schaue ich nicht. Also, weil ich halt, ich, ich bin nicht so ein Fan von so, ich, ich, ich mag die Zeichnungen nicht. Also, sag ich euch ganz ehrlich, ich bin nicht so Fan von diesen Anime-Figuren. Und mir sind die Stimmen da auch viel zu hoch. Also, meine Stimme ist auch hoch. Ich könnte hier Synchronsprecher für, was, 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 was weiß ich, was da gibt. Da Dragon Ball oder Naruto. Das sind die, sind die einzigen Animes, die ich kenne. Da kann ich Synchronsprecher werden. So hoch ist meine Stimme, ne. Ähm, da stelle ich mir gerade ein bisschen cringe vor. Wie auch immer. Also, allgemein mag ich Animes eigentlich nicht so sehr. Und ich habe mitbekommen, dass sie einen unnormalen Hype haben. Aber ich verstehe das auch nicht ganz so. Weil, ich weiß nicht, Leute, schreibt mal in die Kommentare, mögt ihr Animes oder nicht? Das würde mich einfach mal interessieren, so. Weil, ich, ich fühle Animes tatsächlich nicht so sehr. Ich bin halt mehr so der Fan von so Serien oder Filmen, so. Aber, ähm, die halt wirklich mit Menschen gespielt werden. Also, ich, ich bin auch kein Fan von Zeichentrickfilmen. Außer Spongebob. Spongebob haben wir alle gesuchtet, Leute. Leute, habt ihr auch Spongebob gesuchtet? Auch damit runter in die Kommentare. Mögt ihr Animes und habt ihr Spongebob gesuchtet? Eins in den Chat. So, machen wir es mal wie Knossi. Eins in den Chat, falls ihr Animes liebt und, äh, Spongebob gesuchtet habt. Wenn ihr nur eins von beiden mögt, dann für Animes eins. Und falls ihr Spongebob nur gesuchtet habt, weil ihr einfach die Besten seid. Zwei in den Chat, Leute. Zwei ist von Tatsächlich ist es so, dass ich schon mehrmals wirklich im Internet sexuell belästigt wurde. Äh, vor allem, das war mal vor ungefähr einem, ja, da. Es ist schon oft vorgekommen. Ja, das ahnt man gar nicht. Aber natürlich auch vor allem, als ich da noch nicht diese Reichweite hatte, die ich jetzt habe. Ich habe hier damals, äh, ich glaube 20 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal gehabt. Und da gab es mal einen Nutzer. Und, ja, der hat mir halt vorgeschlagen, dass der mir ein Video schickt. Oder die wollte mit mir zusammen sein. Sagen wir es mal so. Die wollte mit mir, ähm, zusammen sein irgendwie. Und dann wollte sie mir irgendwelche Nacktfotos schicken. Und, äh, hat mich angemacht. Und es ist, es war ein bisschen dreckig, Leute. Es war, ähm, nicht geil, Leute. Es, äh, wurden auch Sachen geschrieben. Ebenso, die hat es mir, damals gab es ja noch die YouTube-Privatnachrichten. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Aber auf jeden Fall, da wurde ich da halt angeschrieben. Und auch ein paar Mal auf Instagram. Ich glaube, ihr kennt, äh, diese Bots, die dir immer irgendwelche Links senden. Da gab es auch schon mal so einen Vorfall. Aber sonst tatsächlich eigentlich auch nicht. Wie gesagt, Leute, falls ihr selber irgendwie YouTuber seid oder Streamer oder was auch immer. Und gerade mal jünger seid, empfehle ich euch ganz dringend, wenn ihr irgendwie sexuelle Belästigung in euren Kommentaren oder in eurem Livestream merkt, entweder sowas direkt wegbannen, na, oder dagegen rechtlich vorgehen. Das ist ja möglich heutzutage, ja. Schon alleine vom Account kann man da irgendwie Daten herausfinden auch. Und da kann beispielsweise auch YouTube und Twitch, auch wenn sie das sonst nicht dürfen, die dürfen da aber rechtlich, falls es da irgendwelche Probleme gibt, na, dürfen die auch Kontaktdaten rausgeben und dann werden die Leute auch geschnappt. Also, bei Videospielen ist es natürlich nicht so, wenn da dich jemand irgendwie beleidigt als, keine Ahnung, du, du Lemurensohn, was weiß ich, ne, dann geht das nicht so einfach. Ja, auch da würde das zwar gehen, aber so, vor allem in sozialen Netzwerken sind eigentlich die Anbieter bei YouTube, YouTube? Krass, wer hätte es gedacht? Bei WhatsApp, Instagram und Facebook ist halt Facebook für zuständig. Ja, einfach sich da mit dem Support auseinandersetzen und schon können sie da die ganze Sache regeln. Ansonsten war es es eigentlich heute schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte mal ein paar Fragen von euch beantworten. Vielen Dank an alle Leute, die teilgenommen haben. Ich küsse eure Herzen. Und, ja, falls ihr solche Formate öfter sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Jetzt würde ich das Video beenden. Haut rein, Leute. Und ciao. 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 Ciao.